China laden, wobei das ist auch Eiweiß. Was ist das hier? E-E-Ziggis. E-Ziggs. Ziggi. West Coast Waits, ja, Strongman, da gibt es bestimmt Eiweißpulver, oder? Ah, hier, guck mal, wer steht denn da? Direkt davor. Ja, der hat gerade eben noch gecurlt. Ist das Pablo? Ist das Pablo? Haha, Pablo. Der auch direkt. Ja, ja. Ah, hier, guck mal, steht sogar Muskel-Beach-Nutrition. Wo? Ah, okay. Hier oben drüber direkt. Geil. Wie ist das Eiweißzeug? Zum Verkoschen. Kommen wir hier rein. Es sind richtig viele Secrets drin. Tür von der anderen Seite verschlossen. Tür von der anderen Seite... Geht auch schon mal hin. Hier. Oh. Hä? Geht denn das? Von hinten irgendwo ran? Äh, sieht schlecht aus. Jo. Jo. Das ist echt schlecht. Wo kommt die jetzt wieder her? Da hinten ein paar irgendwo da drüber, oder was? Wer ist denn der Ochse? Das... Verteilerkästen. Ah, Sicherung da rein. Aua. 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 Kommt der da durch? Äh, pff. Da ist bestimmt so ein Malmaler rein. Okay, der ist weg. Ein von der anderen Seite verschlossen. Und hier irgendwo aufschießen wieder. Die Stümpfe da. Ah, okay, von hier. Komm ich hier drüber? Äh, lol, okay. Alles klar. Über das Dach. Über das Dach. Äh, wo? Warte, wo? Hier hinten? Wie ist es denn da hingekommen? Ähm, genau da ran vorbei. Pisst euch. Über diese Paletten da? Ah. Hier tun wir was? Uh. Hier jetzt? Was ist das für einer? Pablo? Ja. Wer schießt denn jetzt da die ganze Zeit? Der schießt? Ich bin doch wieder Soundstör. Nein! Was macht der? Nein, geht da hoch. Geh da hoch. Okay. Das war nur für das Secret, oder? Ich weiß nicht. Das ist so aus, ne? Oder wo kommen wir denn da? War nur für das Secret? Irgendwo noch hin. Hier oder was? Hier eine Sicherung habe ich. Ich habe keine Sicherung. Scheiße. Geht bestimmt dann der Laden da auf, ne? Ach, so eine... Scheiße. Eine fette Stromding. So eine fette Batterie? Gibt es hier nicht in dem Auto, oder so? Warte, eben so eine Karre. Au, au, scheiße. Im Stacheldraht. Ah, au. Wer ist das denn jetzt da oben? Wo? Fetzack da, ey. Irgendwo muss doch hier so eine Batterie sein, ne? Hier? Okay. Geil. Was jetzt hier so eine Scheiß-Batterie ist? Hinten dieser roten Karre da... Sieht so aus, ne? Oder? Ja. Ich habe eine. Geil. Car-Batterie. Oder wird die dann kaputt, wenn ich die werfe? Scheiße. Ist die jetzt am Arsch? Ich hoffe nicht. Geht nicht. Hä? Brauchen wir doch eine Sicherung? Aber ich konnte keine kaufen. Sicherung benötigt. Ich habe drei Sicherungen. Ja, ich habe auch welche, aber... Hä? Das ist ja nicht nur die Sicherung. Komisch. Das ist die tiefe Scheiß. Scheiße. Was soll man denn da reinkommen? Oh, wer schlägt mich denn jetzt? Du Fotze. Wo kommen die denn her? Ey, keine Ahnung. Ich habe keine Idee, wie man da reinkommen soll. Was ist das denn hier für ein Spannerposten, ey? Hä? Ich verstehe es irgendwie nicht. Ich auch nicht. Verteilerkastenbatterie. Komisch. Ich checke es nicht. Du hast dich jetzt so hoch hier. Warte, hier irgendwo was? Und dann, wer ist das noch? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Alter, ich checke es ohne Scheiß, ich checke es nicht. Das ist eine Mucke. Natürlich. Ein fetter Inferno mal mal hier ankommen. Schon wieder? Oh, gerade erst einer. Hey, hier ist auch in keinem Laden sind es irgendeine andere Batterie. Der Schüssel? Hier gibt es auch nicht. BAU! Ey, ohne Scheiß, keine Ahnung. Ich kann planen. Wir werden reinkommen sollen. Ich sehe hier auch einfach nichts. So Spawnen hier stecke ich irgendwelche um die Ecke. Mann, ey. Ne, keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung. Sollen wir eine andere Quest machen, oder? Äh, doch, ne? Also... Was meinst du? Bist du sagen, die Lieferung wird um 47. Landungsboot erwartet. Container 78 benötigt besonders Augenmerk. Das ist ein paar Ersatz verloren, aber auch ein wichtiger Aktivposten. Container 78. Ach, Lieferung. Zensierer. Dieser Respawn hier. Das ist doch auf jeden Fall ein Malma hier drin, der Karre, ne? Äh. Der Karre, ich glaube, der ist hier hinter der Garage. Achso. Hey, hier ist auch kein... Irgendwann scheiß fette Sicherung. Inferno, scheiß, ja gut. Ist das ja... Inferno. Bist du in der Mucke dann immer, wenn die kommen? Ja, ja. Ja. Weißt du mal ganz nur, welche Affe da gerade in die Ecke... Ja. Ich habe die Sicherung. Nein. 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 Gut, dass wir noch viel weiter sind. Scheiße, Digga. Ach, nur weil dieser fette Idiot, den er dagegen gekloppt hat. Geil, irre. Danke an den fetten Idioten. So, wer soll eigentlich hier auch raus, oder müssen wir da hinten rum gehen? Weil da hinten rum ein normaler Ausgang. Scheiße. Ach, gut, dass er jetzt so gekloppt hat. Nein, 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 nein. Bist du jetzt so fett, Harry? Jo. Nein, echt? Hat funktioniert. Aua! Der kommt an meinem Fuß, du Schwein. Was? Was das jetzt gebracht hat? Da stand irgendwas mit Strom. Was mit der Leitung folgen war. Ich versuch's ja. Ich hänge fest. Alles gut. Ich dachte schon. Ich mach's an. Ich bin drin. Aha. Hallo? Linke Flanke. Der hat einfach umgekippt, ey. Was war das denn? Wenn du so einen sitzenden Zombie da siehst und der einfach so umkippt. Schwäche Anfall. Ich weiß, was so richtig hackevoll ist. Was ist das denn jetzt? Warum ist jetzt die Karre am... Also... Also... Achso, da war ich am Kopfraum dran. Ja. Entschuldigung. Oh, Moment. Ich... Lust auf Grün. Wollt ich ihn bitte? Ja. Schreier! Wo sponnt die denn da her? So ein kriechner Schreier, Marv. Kriechner Schreier, Marv. Tja. Ah, Saftbar-Schlüssel. Moin. Saftbar? Also... Ba! Alles für sogar Melone, Alter. Biss dich, Alter, hier. Ver- Ba! Ihr seid doch alle krank, ihr Viecher. Scheiße, jetzt habe ich die Quest weggemacht. Ne. Doch, Pablo. Nein. Pablo, es geht noch weiter. Wo war... Och, ne. Er zügner Saftbar. Dieser Wichser. Was wird er denn mit Saft? Dr. Reed, Pablo. Doc Martins Greenladen. Falls Doc Martins Greenladen vor das Höhe ist, lasse ich das Geld in Roses Tattoo-Schulier. Da waren wir ja schon. Also Doc Martins Greenladen. Doc Marins Greenladen. Gibt es da Reed oder was? Ja. Doc Marins... Greenladen. Nein, nein, nein. Direkt Schuppen. Direkt Schuppen. Halt's den Maul. Halt's den Maul. Ja, ha, ha, ha. Das ist wie ein Scheißviecher. Kommt der denn her hinter dir? Doc Martins Greenladen. Ja, ne. Schade. Du stehst doch eh aus, so wie du aussiehst. Ich wusste es. Das ist Game, ey. Immer täuschen. Immer täuschen. Da ist der Hotdog-Verkäufer da drin. Doc Martins Greenladen. Fettes Stück. Ich hab schon zu viele Hotdogs gefressen. Bah. Ha, ha, ha. Doc Martins Greenladen. Was ist denn so? Tattoo. Schuhe. Das ist doch so fruchte Zeug, ne. Das war es nicht, ne. Bitch Massage. Ah, ne. Beach Massage. Donuts. Was ist das hier für ein Drecksschuppen? Joes. Vermietzeugs. Oh, scheiße. Wo kommt das her? Hier ist der Karre. Bah. Oh, du fette Harry, alter. Die scheiß Alarmalage da oben. Diese scheiß Mucke dazu hat das unglaublich. Du fette Harry hier wieder. Die Mucke, alter. Oh, nicht schon wieder diese Fliegen, nee. Wo? Oh. Hast du dich schon wieder in der Backe? Nee. Ich hab's in die Loten da ganz schnell weggekickt von dir. Geil. Inferno Malma. Dieser fette Harry hier wieder. Mann, ey. Wo ist denn der Doc Marons hier? Alter, keine Ahnung, ey. Das ist ein muten Zeug. Gangrene. Ist das der Doktor? Nee, ne. Nee. Ah doch, ist er. Geil. Geil. Ist ja wirklich Freed. Echt? Ist das Gras? Ja. Tatsächlich. Das war doch auf der Rückseite, wo dieser Brocken war, ne? Natürlich. Hier hinten. Ja, da fliegen sie schon alle links und rechts. Boah. Da ist auch der Eingang. Was? Was? Verschlossen. Ernsthaft jetzt? Natürlich. Gangrene-Schlüssel erfolgt. Der hat doch bestimmt unseren Atze hier. Kaputt schießen. Ne. Ernsthaft jetzt nicht? Das ist doch falsch. Gangrene. Gangrene. Verdammt. Komm wir nicht. Du Scheiße. Das wäre auch zu einfach gewesen jetzt. Bitte? Das wäre auch zu einfach gewesen jetzt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hat keiner von euch den Schluss noch? Ja, wir haben nicht gesehen, aber... Ich nicht Gang. Ich habe einen Schlüssel. Geh einen Green-Schlüssel. Ich komme. Was haben die abgehoben, oder was? Ja. Ey. Wer hat das denn auf einmal? Naja. So. Oh. 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 Beautiful. Okay, kommst du ein bisschen Gras mitnehmen? Kifferhöhle hier. Oh, oh. Falle. Jo. Ganz durch. Uff. Da einfach drüber. Ne, ist schon. Hab ich deaktiviert. Hä? Boah, da haben die viel Stuff, ey. Das ist doch richtig viel Kraut. Oh. Du bist ja schon heimlich, wie du da bist. Ja, guck mal, wie das hier am Qualm ist. Hey, Pablo. Wo ist der Pablo? Nee. Keule des Anzapfens, ey. Anzapfner. I need some stuff. Stuff. Geule des Anzapfen. Da ist das hier zugedröhnt, alles. Ich hab auch volles Fund, ey. Zombies. Gibt's denn hier gute Klipperkraut? Ist das hier? Cannabis-Lollipops. Kannst du lutschen, um halt zu werden. Brownies. Äh, lutschen, ne? Lass mich auf die Eier gehen, Kuhens, ey. Was will der denn? Dann schickt der mir so einen Scheiß-Durie vom Megapark, weil da Maxwell auftritt, ey. Ist der noch immer da? Nee, nee. Achso. Dieser Maxwell, ey. No, 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 no. Way, man. 1,8,7. Man. Wie lange geht die Scheiße denn? Ohne Scheiß, man. Wer nimmt die immer so lange so einen Müll auf? Ja, ne? Das hände ich jetzt mal kaputt. Hennertattoos. was können wir denn jetzt hier machen jetzt haben wir noch eine zensiert sensiert die gar keine ahnung wo ich gar keine ahnung habe holz sensiert holz wollen wir dann noch verfügbare quest venice beach ocean avenue eine quest verfügbar irgendwo muss noch eine sein das war das eine da noch ein postbote war ein zombie container 78 frachtlieferung haben wir da nicht auch schon rum gesucht und das nicht gefunden ich meine ja container 78 wichtiger aktiv posten frachtlieferung wo sollen die seien das wäre zu hoch für die uhrzeit ja ne hoch ich habe mich doch schon fast gar nicht mehr hier kunst